Autofahrer, die oft im Dunkeln unterwegs sind, erwarten mehr. Licht, das die Nacht zum Tag macht. Gegenverkehr zwingt häufig zum Abblenden, damit andere Verkehrsteilnehmer nicht durch das Fernlicht geblendet werden. Neue Lichtsysteme erlauben das Fahren mit Fernlicht, ohne zu blenden. Die Interaktion einer Kamera mit einem Steuergerät und dem Vario X Projektionsmodul passt die Lichtverteilung automatisch an die Straßenverhältnisse und Verkehrslage an. Intelligente Technik Im Scheinwerfergehäuse arbeitet eine kleine Walze mit exakt berechneten Konturen. Je nach Drehposition wird der unerwünschte Bereich des Fernlichts abgedunkelt. Anschließend schaltet die Automatik wieder auf volles Fernlicht. Ist die Strecke frei, schaltet das System auf Fernlicht. Werden Rücklichter vorausfahrender Fahrzeuge erkannt, wird ein Tunnel erzeugt. Die schwenkbaren Scheinwerfer lassen den Tunnel dem erkannten Fahrzeug stufenlos und dynamisch folgen. Der Fahrer des vorausfahrenden Fahrzeugs wird nicht geblendet. Links und rechts jedoch bleibt alles strahlend hell, sodass die Straße maximal ausgeleuchtet wird. Der Vergleich verdeutlicht eine wesentliche Erweiterung des Sichtbereichs. Das System lässt Hindernisse vor dem Fahrzeug oder Personen am Fahrbahnrand früher und besser erkennen. Der Fahrer kann rechtzeitig und verzögerungsfrei handeln. Das deutlich nach vorn erweiterte Sichtfeld lässt sogar die Person am linken Streckenrand schon von Weitem erkennen, ohne den Gegenverkehr zu blenden. Mit normalem Abblendlicht bleiben Personen völlig im Dunkeln. Ein enormer Gewinn an Sicherheit und Fahrkomfort. Entgegenkommende Fahrzeuge werden anhand der Scheinwerfer in 700 bis 800 Meter Entfernung von der Kamera erkannt und aus der Fernlichtverteilung herausgenommen. Die Straße ist mit Fernlichtniveau ausgeleuchtet, ohne dabei den Gegenverkehr zu stören. Bei optimaler Ausleuchtung der Strecke wird der Gegenverkehr zu keiner Zeit behindert oder geblendet. Auch im Passiervorgang wird die Fahrtrichtungsfahrbahn optimal ausgeleuchtet. Während für den entgegenkommenden Verkehr auf Abblendlicht geschaltet wird, steht auf der rechten Fahrbahn weiterhin das Fernlicht zur Verfügung. Wer einmal dieses System genutzt hat und mit Fernlicht ohne zu blenden gefahren ist, will diesen Sicherheits- und Komfortgewinn nie mehr missen. Wer einmal dieses System genutzt hat und mit Fernlichtverteilung der Strecke wird der Grund, die in der Rückmäne genutzt hat und mit der Pflicht ein Blick,